So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und was soll ich sagen, der Sea Day ist vorbei, das Rocket Event ist vorbei, alles ist vorbei, Galas Mock Mock ist vorbei, gut gibt es immer noch in Vierer Raids, aber was haben wir die ganze Zeit vergessen? Ich habe doch immer die Krypto-Pokémon gesammelt, die ganzen Familien und dann habe ich die auch alle entwickelt, Welle für Welle für Welle, dann kam die vierte Welle und bevor ich die vollständig hatte, kam auch schon die fünfte Welle raus, im Zuge eben dieses Team Go Rocket Events, das hat sich alles ein bisschen überlappt, dann kam die ganze Spezialforschung, dazu musste ich wieder tausend Folgen machen, jeden Tag eine, wie man die Bosse besiegt, dann die Spezialforschung einzeln, nochmal durch, nochmal alles machen, wusste ich ja nicht, dass das Teil der Folgen ist, Und die schillernden Rocket Pokémon, sagen wir es mal so, haben wir dann auch noch entwickelt, die Eventausbeute gezeigt, jetzt das Wochenende mit dem Sea Day, war auch wieder kräftezehrend, aber jetzt haben wir uns mal ein bisschen Zeit genommen und wollen mal wieder eine Krypto-Welle von dem Team Rocket Stops zeigen und entwickeln, die ganze Familie, es dreht sich jetzt also um die vierte Welle, nicht zu verwechseln mit der fünften Welle, die ganz als letztes kam, Das seht ihr aber jetzt gleich den Unterschied, wir geben mal ein Krypto, irgendwie ist es mir richtig warm, einfach nur, ich glaube ich muss mich gleich nackt ausziehen, wir gehen jetzt rein, ihr seht hier nochmal die Starter, die sind ja alle schon drauf gewesen, Angefangen haben wir hier mit Hornliu, dann nehmen wir auch wieder das Größe und entwickeln das zweimal durch, machen ein Kokuna draus und ein Bibor, die gleiche Frage natürlich wie immer, sammelt ihr auch alle Krypto-Pokemon und sammelt die ganze Familie, habt ihr dann auch einen Krypto, einen Living-Krypto-Pokedex bei euch im Beutel, oder ist es nur Platzverschwendung, Die ganz krassen, machen ja wahrscheinlich die Krypto-Familien und die Erlösten-Familien auch noch, aber alles erlösen und sammeln, das ist ja auch Sternenstaubverschwendung, hier investiert ihr nur ein paar Bonbons und die sehen wenigstens zum Teil anders aus, Die Erlösten sehen ja nicht anders aus, die haben zwar diesen weißen Schimmer drumrum, aber guckt euch doch mal so ein richtig brutales, böses Bibor an, das ist doch genial, vor allem der Schatten im Hintergrund, der dreht sich mit, wie der hinter dem Bibor noch zu sehen ist, das ist genial, das kostet euch nämlich keinen Sternenstaub, das kostet euch ein paar Bonbons und die kann sicherlich jeder verkraften, Ihr seht hier fast 7000 Hon-Liu-Bonbons noch übrig, schon lange keine Entwicklungssessions mehr gemacht, da kann man ruhig mal entwickeln, An den Pokestops kriegt man die ja gut, also an den Rocketstops diese Viecher und ich finde die haben was Besonderes an sich, jedes sieht eben anders aus, Gerade auch durch die roten Augen, Kokuna finde ich sieht auch sehr genial aus, bei einem sieht man eigentlich gar keinen Unterschied, das war glaube ich das Knufensa, das hat nämlich gar keine roten Augen, Jetzt aber hier dazu, Hon-Liu-Kukuna, Bibor war eins von der vierten Welle, dann haben wir, was gab es in der vierten Welle noch? Ich muss gucken, das sind ja dann die, die nicht entwickelt waren, Kikli kam auch dazu, Nok-Chan gab es vorher ja schon, ich glaube in der dritten Welle, Kikli kam auch dann in der vierten Welle dazu, sieht auch genial aus, natürlich wenn es gute IV hat, erlösen die meisten das auch alles für 100%ige Pokémon, Was dazu kam, war Electek, da lassen wir wieder eins, so wie es ist und das ist natürlich jetzt wieder was mega krasses, Denn für Elevoltech Krypto braucht ihr ja nicht nur 100 Bonbons, sondern eben auch einen Sinostein und manche, die haben jetzt noch nicht mal alle Sino-Entwicklungen, Wir haben schon alle Sino-Entwicklungen, beziehungsweise müsste ich noch ein paar Lucky entwickeln, um von den Sino-Entwicklungen auch im Lucky Decks die Eintragungen zu haben, Jetzt gehen aber erstmal die Krypto-Eintragungen vor im Krypto-Decks und guckt euch das doch an, ein Krypto, ein Shadow, wie auch immer, Sagt ihr Krypto-Elevoltech oder Shadow-Elevoltech? Auf jeden Fall ein böses, brutales Elevoltech mit 100 Bonbons und einem Sinostein rangezüchtet, Mit dem man eigentlich nichts macht, weil das so niedrige WP hat, das gleiche gilt für Magma, Da haben wir aber leider immer noch eins in der Arena sitzen, deswegen können wir das nicht entwickeln, hier machen wir es anders, Hier nehmen wir nämlich das zweite, was eigentlich niedriger ist als das erste, aber entwickeln hier auch ein Markbrand, Wieder mit 100 Bonbons und einem Sinostein, 14 hatte ich glaube ich gerade im Inventar, Habe schon lange keinen PVP mehr gemacht, ich weiß gar nicht, wo die alle herkommen, Also wenn ihr Sinosteine braucht, dann immer schön PVP, weiterhin zocken, Guckt euch das an, Markbrand, auch auf jeden Fall ein riesen Prügel, den man hier mitnehmen kann, 5000 zum Erlösen, wer da die ganzen erlösten Familien noch sammelt, also der muss echt Geld wie Heu haben, Beziehungsweise Sternenstaub, Labras war auch dabei, in derselben Welle habe ich mir eins aufgehoben hier, Ein Krypto-Labras mit roten Augen, sieht auch interessant aus, das ist wieder uninteressant, das ist uninteressant, Voltilam, Voltilam gehört wieder dazu, dann machen wir mal hier das zweite Nehmer und entwickeln einen Voltilam zu Vati, Voltilam war auch das letzte, was mir gefehlt hat, von der vierten und der fünften Welle, Ich habe die fünfte Welle dann eher zusammen gehabt, als alle von der vierten Welle, weil mir Voltilam gefehlt hat, Ich habe immer, wenn ich dann irgendwo hin bin und da war ein Elektrosatz am Rocketstop, gab es entweder Magnetilo oder Electek, Aber ich habe kaum Voltilam gesehen, Vati haben wir auf jeden Fall entwickelt und das höchste natürlich jetzt zu Vati und Akkuleer, genau, Nebia ist das letzte, jetzt komme ich euch nicht auf den Namen, Ampharos, genau, Voltilam also, da war ich froh, dass ich dann alle drei noch bekommen habe, Voltilam, Vati und Ampharos hat ein blaues Kügelchen auf dem Schwanz, ihr seht, hier ist noch der Schatten drin, 100 Bonbons, da haben wir auch noch 2400 übrig, also, das ist nicht schlimm, das können wir gerne machen, Solange wir es nicht erlösen, denn den Sternenstaub, den wollen wir sparen, da haben wir noch einiges anderes mit vor, Ich habe immer noch keine zweite Attacke bei irgendeinem Pokémon hinzugefügt, mit dem Sternenstaub könnte ich das eigentlich machen, Aber ich spare einfach mal, ich war letztens bei den 12 Millionen, Ampharos haben wir jetzt auch, jetzt bin ich wieder bei 11 irgendwas, Das gehört auch nicht dazu, das gehört nicht dazu, das gehört nicht dazu, Samurzel gehört wieder dazu, Machen wir hier wieder das zweite, Samurzel entwickeln wir das zweithöchste, Ich glaube, ich habe irgendwas gepusht, oder? Habe ich was gepusht? Ich weiß nicht, getauscht sicherlich, Immer durchs Tauschen, weil ich immer mit irgendwelchen Leuten tausche für die ganzen Scheine, es geht natürlich immer der ganze Sternenstaub weg, Weil ich meistens für 80.000 Sternenstaub tausche, und dann ist die 12 Millionen nicht mehr lange da, Jetzt haben wir also einen Blanas, und genau wie das nehmen wir jetzt das Höchste, Machen wir es jetzt einmal zu Blanas und dann einmal zu Tengulis, Ich glaube, dann sind auch fast alle von der vierten Welle schon durch, Der Adi ist auch durch, der isst den ganzen Abend schon seinen Fuß, Nein, dem geht es nicht gut, ich glaube, der ist krank, sieht auf jeden Fall krank aus, So, jetzt haben wir hier das Blanas, wieder den Schatten unten, den wir weg machen, Selbst da 2500 Bonbons noch übrig, also, Was wollt ihr sonst mit den Bonbons machen? Entwicklungs-Sessions braucht man eigentlich nicht mehr, Wenn man Level 40 ist, durch die Freundesaufstiege, kriegt man ja genug Erfahrungspunkte hinterhergeworfen, In dem Sinn ist das ja im Prinzip wie eine Entwicklungs-Session, Eigentlich bei sowas könnte man auch mal ein Glücksei reinmachen, wenn man da so viele entwickelt, Tengulis, also jetzt auch eingetragen, Zobiris hat auch dazu gehört, Zobiris war noch dabei, Er hat natürlich keine Entwicklung, den müssen wir so lassen, Da fällt mir eigentlich, die anderen Geister gehören wahrscheinlich auch dazu, Ey, wie viel sind denn das? Knacklion ist ja auch noch übrig, Knacklion müssen wir ja auch noch einmal entwickeln, Und dann nochmal entwickeln, Und dann habe ich ja die zwei anderen Geister auch noch, Also ich glaube, die vierte Welle ist bis jetzt die größte Welle mit den meisten Pokémon, Die bei den Kryptos reingekommen ist, Oder ich verwechsel gerade irgendwas, Aber ich dachte, alle, die in der fünften kamen, habe ich mir markiert, Weshalb alle, die hier noch nicht entwickelt waren, zur vierten gehören müssten, Vibrava haben wir also da, Knacklion, Vibrava, Die waren ja selbst beim Knacklion Sea Day, Gab es die ja schon direkt am Knacklion Sea Day aus den Rocket Stops, Das war bei Panflam jetzt hoffentlich nicht so, Oder ich habe es wieder verpasst, Könnt ihr aber reinschreiben, Habt ihr am Panflam Sea Day Rocket Stops gemacht, Was habt ihr da so rausbekommen, Gab es da zufällig einen Panflam? Glaube ich nicht, Beim Knacklion Sea Day war das aber so, Hier Vibrava können wir natürlich zu Libeldra machen, Das finde ich immer genial, Mein 1499er Libeldra, Was ich immer in der Superliga nutze, Weil das so schnell seine Attacke vollfüllt, Also damit kann ich so gut angreifen, Schilde rauslocken, Leute bekämpfen, Das ist richtig genial, Ich denke zwar immer, Das ist vom Typ Flug, Und vom Typ, Keine Ahnung, Ich meine, Hier steht ja Boden oder Drache, Ich wundere mich aber immer, Ich will es immer für irgendwas einsetzen, Und denke, Das nehme ich, Das ist effektiv, Und das ist dann nicht effektiv, Weil ich jedes Mal die Attacken durcheinander bringe, Dann haben wir hier noch Tusker natürlich, Der kleine Kaktus, Der darf auch nicht fehlen, Tusker zu Noctusker, Hat er auch jetzt was, 1800 Bonbons oder so irgendwas, Nehmen wir auf jeden Fall auch mit, Der Akku hält, 1% haben wir jetzt abgenommen, In der Zeit glaube ich, Noctusker auch dabei, Ihr seht ja, Wenn ihr oben eingebt, Krypto, Wie viel ihr insgesamt habt, An Krypto Pokémon, Noctusker, 1838, Bonbons noch übrig, Hier nochmal ein Schuppet, Und das sieht genial aus, Der Geist sieht an sich schon böse aus, Und hat den dunklen Hintergrund, Jetzt sieht er noch böse aus, Mit den roten Augen, Ein Krypto Schuppet zu Krypto Banet entwickelt, Shiny Schuppet und Shiny Banet, Haben wir ja auch schon, Theoretisch würde da nur noch, Ein erlöstes Schuppet und erlöstes Banet, Ähm, Fehlen, Aber wie gesagt, Das, Da setzt es selbst bei mir aus, Also das ist mir dann zu strange, So, Hat er einen Reißverschluss vom Mund, Ja, Der extra immer aufgeht und wieder zu geht, Das ist glaube ich das letzte, Ist das das letzte, Zwirlicht, Genau, Hier unten seht ihr die anderen, Mit, Sinustein entwickelt, Und bei Zwirlicht ist es ja auch so, Da brauchen wir auch nochmal einen, Wir gehen wieder von hinten an, Zwirlicht, Zu, Zwirlklopp, Einmal 25 Bonbons für die zweite Stufe, Und die dritte Zwirlfins, Wieder mit Sinustein, Dann habe ich drei, Ganze Sinusteine in dieser Folge rausgeballert, Eigentlich für nichts, Normale Menschen nehmen das, Um sich ein gutes, Krasses Pokémon ranzuzüchten, Ein richtig krasses Elevoltech, Aber nicht eins als Krypto, Was schlechte Angriffswerte hat und so weiter, Oder die Leute basteln sich einfach mal ein, Äh, Rihonior, Aber ich entwickle hier, Einfach irgendwelche, Komischen, Krypto Geister, Mit, Sinusteinen, Hm, Wär es dann halt auch die Familien, Schreibt es mal rein, Das würde mich natürlich interessieren, Oder auch nicht, Nein doch, Das interessiert mich schon, Bestimmt brennend, Oh mein Gott, Ich habe eh jetzt den Überblick verloren, Wie viele das überhaupt waren, Wenn ihr mitgezählt habt, Schreibt es mal unten rein, Hier auch, 1600 Bonbons noch übrig, 100 Stück noch mal für die Entwicklung, Rausgeballert, Einen Sinustein rausgeballert, Aber, Na, Den braucht man ja eigentlich nicht mehr, Ich müsste jedes, Was ich mit Sinusteinen entwickeln kann, Glaube ich noch, Als Glückseintrag machen, Obwohl, Zwei Stück hatte ich ja schon, Damals, Aber der Rest, Brauche ich ja eh nicht, Und man macht ja nicht 10.000 von jedem, Hier, Das sieht so genial aus, Auch wie der Rücken einfach leuchtet, Dieses Bild davon, Und auch der Bauch dazu, Der euch anschreit, Und aufgeht, Das also das letzte, Das Krypto Zwirfinst, Und wir haben keinen Sternenstaub ausgegeben, Das ist das Beste an der ganzen Sache, 101 Kilo, Also der ist leichter als ich, Richtig genial, Ist aber größer, Mit 2,8 Meter, Das war's aber, Von den Krypto Pokémon, Aus der vierten Welle, Die fünfte Welle machen wir auch noch, Aber dann in einem extra Video, 108 Krypto Pokémon, Habe ich also jetzt auf der Hand, Die Familien werden immer vollständiger, Und alle wo eine 5 dran ist, Gehören zur fünften, Und werden dann extra entwickelt, Wie viele Krypto Pokémon, Habt ihr insgesamt jetzt auf der Hand, Und erlöst ihr nur die, Die 1000 brauchen für die Medaille, Und erlöst ihr nur Hunderter, Oder erlöst ihr einfach mal querbeet alles, Weil ihr Erlöstes sammelt als Familie, Das wäre wirklich krank, Das wäre selbst mir zu viel, Das war's aber von meiner Seite aus, Wir sehen uns beim nächsten Mal, Bis dahin, Peace out, Vorhaut, Euer Ramses Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin, Bis dahin,